Geh weg, Lover. Haha. Level 6. Off-limits. Nö, nicht Off-limits, vergiss es. Oh nein, schon wieder Totenköpfe. Okay, dann muss ich jetzt durch die Wand gehen, um da oben alles fest wegzumachen. Oh, Hockeystopp. Das ist ja cool. Doof. Äh, das war jetzt ungeplant. Hm. Hm. Ich bin offen über die Mauer, bis wir eine Idee haben. Hallo. Okay. Hm. Hm-hm. Will ich hier messen gehen? Geht nicht. Ich bin offen. 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 So viel zu auf Limits, da ist doch ein Weg, aber es ist hier noch eine 7, ein Grasjahrt. Hm, äh, hä? Achso, da fehlt ein S. Öh, öh, okay, wie frech. Nein, feucht gespürt. Äh, äh. Das habe ich generell durchgeschrieben. Hm, also ich würde jetzt gerne Baba is Win machen, aber ich kriege den Win nicht zum Baba. Hm, das isst. Ich komme auch nicht darunter. Hier seid ihr ein paar Trolle. Moment. Moment. Ich kann hier durch die Maulung hin. Ähm, ich kann mich nicht zum Baba bewegen. Upsa. Ähm. Hm. Uh, geht das? Nein, das geht nicht. Hm. 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 Hm, das ist hier irgendwie Clown. Ein bisschen, aber das ist klar. Ein bisschen, aber das ist klar. Das geht weg, ich will das da hinschieben. Verdammte Moppelkotze. Das ist ein freches Level. Es fehlt ein zweites Is. Das fehlt nicht, aber ich sette das Level einmal, weil ich habe das Black verkauft. Ein Is hat ja zwei Seiten. Also kann man doch eigentlich theoretisch das Black... Ja, okay, so hat man zwei Is. Ja, gut. Okay, das war's dann auch, glaube ich, für den ersten Teil. Wobei, das scheint nach einem Bosslevel auszusehen. Ja, dann ist das doch ein guter Teil zum Pause machen. Und bis sehen, hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.